Jao meine Freunde was geht ab und herzlich willkommen zum Tutorial Last GQ 2 in 2 Cup Explanation Commentary Erklärvideo auf Du. In diesem Video wollte ich euch kurz nahe bringen was denn Sache ist denn es wird wieder ein Turnier geben das ganze wird wieder morgen starten am 17.07 um 10.30 Uhr wird das ganze starten ich wollte euch nochmal kurz nahe legen was es damit auf sich hat wie das ganze funktioniert damit ihr nicht sagt Tobi was soll ich machen ich weiß nicht was ich tun sollt helft mir bitte helft mir ja ich helfe dir und zwar platz eins preise es gibt preise das ganze ist wieder sponsored by corsair da sind echt coole preise das sind dieselben wie beim letzten mal das heißt das hier ist für den ersten platz das sind also ja fette headsets die sind kabellos und davon gibt es also zwei stück für jeden immer also alle preise sind halt zweimal zweite platz ist das gute diese gute maus hier so eine verdummungsmaus und der dritte platz ist ein wandkalender teppich oder auch poster und zwar dieses fette mauspeit das kann man nämlich ruhig so an die wand hängen oder so als hier wer da bock drauf hat ist auf jeden fall verdummt riesengroß so wir kommen kurz zu den regeln bei den regeln sieht das ganze so aus dass die regeln genauso sind wie beim letzten mal bis auf die ausnahme da muss ich mich jetzt für entschuldigen das ist leider noch das alte raster das neue kommt noch das werde ich noch auswechseln das werde ich dann hier unter regelwerk hier steht da regelwerk da würde ich das einfügen und zwar wird es nämlich ad carry support sein diesmal diesmal wird es ad carry support bot lane sein regeln sind komplett dieselben bedeutet zerstören des ersten bot lane turms oder oder weiß ich nicht erzielen von zwei kills aber es ist egal ob ein gegner zweimal oder jeder einmal gekillt wird summons with blind pick bot lane es muss jeweils einer ja nicht bruiser assassin sondern ad carry support das heißt hier wird dann ad carry stehen und hier support das heißt man muss aus beiden ein quasi wechseln ja ad carry support ist ja oder picken ist ja nichts besonderes für euch recall leader ist jederzeit erlaubt kein teleport keine jungle camps durch den jungle laufen ist allerdings in ordnung disqualifikation solltet ihr nach zehn minuten nach offiziellem turnierstart den ich dann preisgebe nicht zu erreichen sein das best of three beziehungsweise das finale wird im best of three sein bedeutet ja best of three kennt ja jeder und im best of three ist es so dass ihr jeden champion nur einmal picken dürft das heißt wenn euer team zum beispiel kettel in braun spielt dann dürft ihr weder im zweiten noch im dritten spiel kettel in braun spielen ja das ist verboten auch nicht der andere dude ist raus so ansonsten screenshots ihr müsst wenn ihr gewonnen habt das heißt wenn ihr zum beispiel den turm zerstört hat oder zwei kills erzielt habt müsst ihr einen screenshot machen das heißt ihr drückt entweder auf f12 oder auf druck ich mache das mit der drucktaste dann dann müsst ihr aber lol im fenstermodus haben dann wird da so ein bild quasi gemacht und dann geht ihr einfach im paint und dann drückt ihr steuerung v und dann wird das da gemacht das heißt ich könnte jetzt einfach mal drücken drücken hier druck drücken dann gehe ich hier auf paint of doom paint of doom sondern drücke ich steuerung v und dann ist das ganze ding hier drin und in dem sinne funktioniert das ganze auch und ja wenn ihr und dann speichert ihr das ab und dann könnt ihr das hochladen wenn ihr das ganze mit f12 machen wollt dann wird das in euren lol ordner gespeichert und müsst ihr das irgendwo auf einer seite noch hochladen damit das kleiner wird weil es sonst zu groß ist zum hochladen ja das heißt auf imgur oder image up oder irgendwie sowas ja das heißt probiert das vorher auf jeden fall aus wenn ihr euch nicht sicher seid bevor ihr danach ein schwarzes bild habt ja so ansonsten wie wird es weiter aussehen ja wichtig ist ihr braucht ihr auf dieser challenge seite der link ist in der beschreibung braucht ihr einen account ihr macht euch einen account und dann könnt ihr hier oben ich ziehe das mal ein bisschen runter da könnt ihr euch ein team erstellen denn ihr müsst quasi ein dude haben ein duomate oder halt ein dude einfach und jetzt nicht einfach ihr kriegt keinen zugewiesen dann müsst ihr euch hier oben ein team erstellen geht auf new team könnt ihr einfach eingeben blablabla team name avatar was auch immer was ihr machen wollt und dann könnt ihr okay wir gehen jetzt mal einfach hier auf mein team stuhlensur oder was auch immer dann steht hier ganz links jetzt muss ich mal wieder rüber scrollen so steht ihr members da könnt ihr members machen dann könnt ihr hier jemanden hinzufügen und dann ist der dude in eurem team mit drin ganz einfach geschichte und dann könnt ihr euch anmelden wie funktioniert das ganze ihr geht dann einfach hier auf go to registration zack dann nehmt ihr euer team und zack dann seid ihr mit dem turnier drin ja easy peasy easy peasy so wichtige sache ist es gibt ein check in der startet um 10 uhr der check in bedeutet dass ihr bestätigen müsst dass ihr da seid ja das ist wichtig ihr müsst bestätigen dass ihr da seid weil wenn ihr jetzt quasi also ihr das dann wird dann hier oben quasi um 10 uhr wird das offen sein dann kann man hier drauf drücken check in das heißt wenn sich jetzt zum beispiel 1000 teams heute anmelden würden dann sind ja morgen nicht alle da ne einige sagen boah nö vergessen boah nö müde boah zu viel getrunken und um das sicherzustellen dass ihr da seid müsst ihr diesen check in machen das heißt um 10 uhr steht ihr check in drückt ihr drauf seid ihr dabei ich glaube das muss der team leader machen und wenn ihr das nicht macht dann seid ihr auch nicht im turnier bald das ist ganz wichtig ja dementsprechend habt ihr auch die chance mitzuspielen falls das turnier voll sein sollte falls sich zu also mehr angemeldet haben werden ja wahrscheinlich nicht alle den check in machen ja das heißt auch da habt ihr noch chancen dann ansonsten es gibt aber nur begrenzte plätze das heißt meldet euch rechtzeitig an meldet euch früher an meldet euch ordentlich an kleinen tipp möchte ich noch geben und zwar ist es so dass ihr dass ihr dass ihr dass ihr dass ihr ach so ja weil wenn ihr euren account macht nimmt euren ingame namen nimmt euren ingame namen ja das ist wichtig euren ingame namen nehmen und wenn ihr euren account erstellt nimmt die zeitzone die richtige zeitzone weil sonst wenn ihr die falsche zeitzone nehmt dann steht irgendwas mit 9 uhr oder mit 8 uhr oder mit 2 uhr oder irgendwas falsches ja also richtige zeitzone wählen ja ansonsten haben wir glaube ich alles abgehakt ich denke also eine kleine wichtige sache ich glaube dass ich bin mir nicht sicher ob es daran lag aber während ihr euch anmeldet ja ich bin jetzt der erste in diesem turnier deswegen ist hier noch kein bracket aber also turnierbaum aber ihr werdet wenn ihr euch anmeldet werden immer wieder teams und dann wird der turnierbaum die ganze zeit verschoben ja das heißt wenn ihr jetzt wenn jetzt zehn teams angemeldet sind es werden ja auf jeden fall mehr werden dann ist es quasi so dass ihr ja das und dann guckt ihr euren gegner an ach so das können wir auch gleich noch machen und dann denkt ihr ja hey what the fuck das ist ja scheiße das ist ja ein challenger ne das heißt wenn dann wieder ein neues team dazu kommt wechselt das die ganze zeit ja das heißt erst wenn ich das turnier wirklich offiziell starte habt ihr die offiziellen teams ja dann ändert sich gar nichts mehr bis dahin kann sich die ganze zeit ändern und herschieben und machen und tun das heißt verkrampft euch da nicht wir gucken noch mal ganz kurz in den alten cup rein und zwar ist das nämlich so dass ihr hier am ende genau ihr wollt ja noch die details einreichen wenn ihr quasi gewonnen so sieht zum beispiel so ein turnierbaum aus und wenn ihr jetzt gewonnen habt könnt ihr hier hinten auf diese lupe gehen oder auf attachment ich glaube ich weiß gar nicht wie es bei euch auch sieht aber auf jeden fall ist das hier hinterher das ist nicht schwer und dann könnt ihr zum beispiel hier irgendwo attachment machen ja dann macht ihr add attachment also anhang hinzufügen und da könnt ihr den screenshot hochladen könnt dann noch dabei schreiben so von wegen win durch zweimalige tötung oder win durch gegner war nicht da wenn der gegner nicht da ist nach zehn minuten oder win durch gegner hat falschen champs gepickt hat disqualifiziert oder was auch immer könnt ihr hier das hochladen ja und dann seht ihr quasi auch immer euren neuen gegner und wenn ihr auf die lupe drückt könnt ihr auch eure gegner sehen das heißt hier ist zum beispiel kann ich sehen draus kram und blacki 09 da könnt ihr in deswegen ist es wichtig dass ihr mit euren neuen namen anmeldet könnt ihr das quasi in lol beziehungsweise könnt ihr euch gegenseitig einladen ja ja so jetzt habe ich mich runter gerappert gelabbert gelabbert das ganze wird natürlich gestreamt das heißt ich werde schon um 9 Uhr stream vermutlich würde mich freuen wenn ihr bock habt also ich habe auf jeden fall bock und ja bis ich würde sagen haut rein macht er weiter sie dazu tschüss auf wiedersehen und also wenn ihr fragen zum turnier habt das werde ich nicht immer im twitter beantworten ja da könnt ihr euch an wenn an meinen mods aber ihr braucht es nicht an mich stellen und das ist immer so ein bisschen verdunen werde ich gerade irgendwie am cast bin und ihr tobi die und diese nicht da was soll ich tun ja hey ich bin gerade am kommentieren aber dies und das und dies und das und jolo und mach doch einfach fang doch einfach das vaporion oder den kaputzi oder was weiß ich ja auf jeden fall haut rein tschüss auf wiedersehen und